Die Frage ist, wie komm ich da rein? Wow, 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 wow. Komm mal da rein. Scheiße, naja, ich glaube, ich kann da nun nichts machen. Äh, da müssen wir weiter. Komm überall drüber. Nothing can stop me. Pathfinder, meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Wo genau ist in der Nähe, Junge? Da oben oder wo? Ah, der Trick. Meins. Eingestraft. Ah, wirst du wohl in den Hügel unterkommen? Alte Babau, du. Sonne, ova. Wir gehen doch mal aus dem Weg. So, und jetzt? Ja, das ist die Frage, was soll ich da oben? Ah, ich fahr mal, haben wir mal hin. Schaden kann sie nicht. Und zwar ist das... Scheiße, wo ist das? Gute Frage. Äh, da. Oh, was haben wir denn hier gefunden? Eine Speicherscheiße haben wir hier auch. Das ist perfekt. Relikte, sie sind komplett zerstört. Die Einschusslöcher deuten auf Waffen aus der Milchstraße im Pathfinder. Wir haben viele! Ja, dann ausschalten! Ah! Die funçãokte! Ah! Du hast es geschafft. Du hast es geschafft! Ich schade! Äh, ihr dürft keine mitspielen, liebe KI. Ah! Okay. Na, danke für den Hinweis. Arschke, get down. Arschke, get down. Der ist tot. Du musst nicht mehr drauf heizen. Wow. Also zumindest mal das Loot ist ganz angenehm. Hab ich nicht sexy eingeparkt? Like a pro. So, und jetzt holen wir noch Leben like a pro. Auch bekannt. Sexy. Hey, aber so schaffst du es nur ich einzupacken, ne? Und ich habe einen Führerschein. Ja, das glaubt mir keiner. Scheiße, wir kommen jetzt wieder rein. Oh, Kacke. Scheiße. Ich komme rein. Fuck. Ja, jetzt geht's. Oh, da. Das ist beschissen eingepackt, dass immer immer mehr reinkommen. Scheiße, ich komme schon wieder nicht rein. Okay, jetzt habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Läuft. Ah, das wird jetzt wieder ein Spaß werden. Es müsste hier noch mehr Löwen geben. Oh, alles klar, Ayrchen. Meiner. Weg da. Hä? Wo ging der? Da nach hinten, oder was? Ah, okay. Hey, 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 warte mal, bleib da. Wie geht das? Muss gehen. Sehr schön. So, und einer ging... Da runter. Ah, ja, genau. Haben wir alle? Schauen wir mal. Drei sind es normalerweise immer. Fehlt da nur was. Ah, siehste. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Dankeschön. So, und jetzt fängt die wieder der Rätselspass an. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie, fällt mir was auf die Lutzen. Muss noch einer? Uh. Ist aber nichts mehr. Ach so, ein Monolith. Ah, okay, okay, okay. Das könnte man auch einfach ausdrücken. Ich glaube, ich habe das Ding hier eh jetzt geschafft, oder? Juh, läuft's. Jetzt kann man den Scheiß hier markieren. Die Frage, wenn wir hinkommen, dann müssen wir wieder raus. Ah, da, hier, Autofahren. Die Tour, wo geht alles? Oh, frische Luft. Ist doch was Feines. So, ich muss... ...da raufkommen. Rauf, 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 komm. Komm, das geht. Junge, das schaffst du. Da rüber müssen wir. Oh, kacke. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungskosten. Das wäre nett, wenn du das machst. Aber hör runter den Scheiß. So, wunderbar. Also, hier haben wir eine Abbauzone. Die werden wir sich gleich schnappen, dann. Aber vorher... ...treffen wir uns mit dem... ...Wappel-Dappel, da. So, und wenn ich dabei bin, können wir sie natürlich auch... ...schnauze da unten. Billig, Dino, du. So, Tür auf, wenn der Babbo da ist. Wollen wir mich die verarschen? Waren wir zu laut. Schnauze. Farrah wird sich mit ihnen befassen. Für Schnauze gibt's ne Backpfeife, Junge. Sie wissen, was als nächstes geschieht. Äh, diskutieren Sie sich. Wir wollen nur mit Ihnen reden. Wir reden nicht mit Fremden. Und mit einem Ihres Volkes? Sie essen mit ihnen, sie reisen mit ihnen, sie riechen sogar wie Sie. Sie werden bluten, genau wie die anderen. Es ist also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Geben Sie nicht Ihrem Hass nach. Wir können friedlich zusammenleben. So wie hier auf Katerra? Sloane belügt mein Volk und nutzt es aus, um Macht zu erlangen. Ich bin nicht Sloane. Sie sind alle gleich. Nicht so schnell. Sehr spät. Ich habe eine gute Entschuldigung. Sie sehen es in drei. Steht nicht einfach nur rum. Zwei. Tötet sie. Noch wütend. Sterbt. 스피inНyikyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyuktikyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyouukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyukyuky So, right, get back, Leute, sorry. Wir müssen ein paar Arsche eintreten. Jetzt aufs Maul hier. So, Deckung zuerst. So. Dankeschön. Oh, Cora ist im Arsch. Das geht gar nicht. Ja, ich komm gleich, ich komm gleich, ich komm gleich. Ich muss mal den Penner hier loswerden, sonst kann ich dir nicht retzen. Hä, wo ist denn der? Wo ist denn der? Wir fahrschen jetzt, das ist wieder so. Toll. Ganz ein lustiger. Zuerst jammern. Und dann passt wieder alles. So, den hat er noch mal gezeigt, wo der Babo ist, jedenfalls. Wir müssen dahin. Also abhauen. Sollte machbar sein. Auf jeden Fall habt ihr den Arsch offen gekriegt jetzt. Die Straßen Kadaras sind wieder sicher. Das haben sie gut gemacht, Ryder. Und keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem sie dafür zu danken haben. So, also, wir haben das gut gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen das was. Oh, das war doch lustig. Es ist immer schön, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Reyes. Nächstes Mal können wir die Morde überspringen und einfach direkt in die Bar gehen. Der will mit mir anbandeln, hat er. Äh. Ah, gehen wir mal drauf ein, dann ist er glücklich. Segen Sie mir einfach, wann und wo. Das ist die richtige Einstellung. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. So, läuft, läuft, läuft. Alles erledigt. Kann man hier noch ausgehen, ne? Das ist aber noch eine geguckt, Scheiße. Ich schätze mal, nö. Ne, da wandte ich jetzt sicher nicht mehr zurück. So, raus aus dem Kackhaufen hier. Aus dem Sündenpool. So, also, jetzt haben wir da wirklich alles erledigt. Jetzt muss ich nochmal den Scheiß hier machen. Was das müssen, werde ich. Und da gibt es Mineralien, wenn ich es finden würde, da. Oh, das sind Mineralien. Fuck der Hund, der Henne. Okay, das und jetzt, eh. Danke für den Hinweis. Oh, das weiß ich schon. Gehen wir die jetzt im Sack da, oder was? Ah, schön. Dann spielen wir mit. Oh, der ist aber speedig. Nukedown. Nukedown. Wir sind Wabler, keine gesetzlosen, wir sind Homo sapiens. Maul. Und läuft bei denen. So, da gibt es doch sicher was zum Abstauben, wenn ich hier bin, ne? Zeige doch. Oh, warte mal. Moment mal, da ist noch was zum Abstauben. Oder auch nicht. Ich zeige doch, da gibt es was zum Scannen, zum Abstauben, zum Einziehen. Was ist denn das für ein Dreck? So, wo ist meine Luxuskarre? Mal rein. Alter, lass mich rein. So. Ja, abbauen muss ich noch ein bisschen, genau. Das habe ich noch nicht fertig. Ja, ja, danke für die Info, Junge. Ich such schon. Danke, danke, danke für den wichtigen Hinweis, auf den ich nie... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018